Ok Na, ah da Schaffst du das? Ne Ah, das schaffst du Was für eine geile Aussicht Vor allen Dingen, dass man den Berg und das Wasser sieht Ach, ein Traum Ist das doch ein Schiffswrack? Ok, da müssen wir bestimmt auch mal noch hin Wenn da mal nicht ein Brief oder sowas versteckt ist Ist nicht euer Ernst Ok Oh Gott Nein Scheiß Dreck Naja Ich wusste vor allen Dingen nicht, dass wir jetzt da dann Einfach nur eine Ebene weiter unten gelandet sind Deswegen hab ich aus Panik springen gedrückt Und ja Was dann halt Den eigentlichen Tod ausgelöst hat So Hast du das trotzdem, Jason? Ach ja Wo ist er mal jetzt? Oh Gott Das ist doch krank, ist das doch Oh Gott Was? Ja, scheiße Wir sind übers Ziel hinaus Oh Mann Oh Mann, oh Mann, oh Mann Oh Mann Oh Mann Oh Mann Ist das einfach nur geil Ist das einfach nur geil Was ist das da hinten? Nur sehr verschwommen zu sehen Da leuchtet was Na gut Haben wir's geschafft? Na, noch die Leiter hier hoch Okay Okay Na, manchmal ist der Ton da ein bisschen versetzt Bei den Funktüren Aha Eine schöne Höhle Okay 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 So Und der nächste Abgang ist Dieser dort Mal schauen, ob wir die Höhle finden Schnell Ja Ja Ich dachte es mir Leopard Gepard Ich hatte auf einen Tiger gehofft Dein Fell brauchen wir im Moment aber nicht Obwohl Ach komm, ich nimm's mal mit Ich weiß nicht, was wir nach dem Tiger-Fell noch brauchen So Hier ist ein Quad Ah, hier ist die Höhle Okay Ein Relikt gibt's hier Wieder mal ein sehr schwer zu erreichendes Punkt Punkt, Punkt, Punkt Was wollten wir machen? Ich weiß es nicht mehr Ich glaube das schnellere Nachladen kann das sein Ja Nehmen wir mal das Nachladen 25% Pistolen, MPs und Schrotflinden So Gut Und ein weiteres Relikt Und jetzt komm ich hier nicht mehr raus Was ist denn das da für ein Symbol? Ach, wahrscheinlich nur das Tempel da Das hier ein Gebäude ist Oder ein Tempel Gut Dann Geht's weiter Wie ich versprochen hab Wir bewegen uns weiter hier hoch Das heißt, ich würde sagen Wir nehmen die Prüfung der Also erstmal hier den Funkturm Und dann die Prüfung Der Rakyat So Wie kommen wir jetzt hier runter Ohne uns alle Knochen zu pressen? So in etwa Wildschweine Brauchen wir aber im Moment nicht Ja, wenn ich bedenke Wie wir die Viecher gesucht haben Lass mich in Ruhe, Kollege Ich hab gesagt Ich hab gesagt Er soll mich in Ruhe lassen Ich hab's gesagt Okay Was soll's Für die Kisten Oh Gott Nein Ganz vorsichtig, Jason Ganz vorsichtig Wir sind tot Ab ins Wasser Na gut Ich dachte es mir Es hat sich geradezu Angeboten Sehr Sehr Geil Hier scheint auch jemand zu leben Aber er ist im Moment nicht zu Hause Na gut So Okay Tiefseetaucher Dann machen wir die doch mal schnell Und die geht bitte auf die Sieben Jawohl Gut Mehr als zwei Stelle ich da jetzt aber mal nicht her Ähm Meine Priorität liegt wirklich auf der Medizin Weil so viel tauchen wir jetzt auch wieder nicht Was ist denn jetzt hier für ein Verkehr? Hört sich noch Piraten an, ja Was ist denn das Figame שלי Das Gesungen Aber ich glaube, da κά theme Das war es so hart Motivate Hat Nein Ich war mich gerade am Haaren Ihr Arschlöcher! Ach, geil, super, ein Traum. Und wir haben vermutlich keine verdammten Tiefseespritzen. Wahrscheinlich haben wir auch den verdammten Wasserfall nicht gedingst, bummst. Ach, so ein Dreck, verdammter Bläder, Mist. Ja, komm, brich dir die Knochen. Du hast es nicht anders verdient. Nicht mal der andere... Jason, Jason, Jason. Wohin soll das nur führen mit dir? Sag mir das doch mal. So kann das ja nichts mit dir werden. Oder wie siehst du das? Hm? Jetzt kommst du nicht mal mehr den Bett hoch, oder was? Jetzt machst du ja auf Mimöschen. Ach, wie sehr hab ich mich in dir getäuscht. Wie sehr hab ich mich getäuscht. Wie sehr lebt dieses Wildschwein wieder? Haben wir zumindest das Relikt? Wir haben wahrscheinlich gar nichts. Oder? Ja doch, wir haben es. Okay, gut. Nun geh ich auch mal davon aus, dass wir die Kisten im Wasserfall haben. Oder ich setze das jetzt einfach mal voraussagen, was so rum. Springen wir den Todessprung? Nein. Hm. Oder? Nein. Sieht doch so aus, als hätten wir die Kisten. In dem Fall, in dem Sinne. Ist mir das dann jetzt mal gerade egal. Wir bewegen uns jetzt hier schon nur strax auf diesen Turm zu. Gibt's hier einen Gleiter oder sowas? Der wäre jetzt durchaus praktisch. Ach, Jason. Das ist nur a blade pflanz. Tu doch nicht so. Okay. Ich laufe immer höher, ohne ein wirkliches Ziel zu haben, ne? Merkt das? Oh, was haben wir da? Plündertal... Wieso sind die hier eigentlich tot? Ich würde sagen, die haben sich... Wir sind so tot. Oh Gott. Oh Gott. Ich würde sagen, die haben sich ein Gefescht mit den Rakia-Tier geliefert. Wir brauchen auch mal wieder ein bisschen Sturmgewehr-Munition, sehe ich gerade. Hier brüllt ne Raubkatze. Alles verlassen? Nichts zu finden. Na gut. Gehen wir wieder raus. Gut, wo ist die Katze? Und dann wieder rufe? Gut, gut. Ah! Ach!